Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir über Bellator, über die UFC und über das Boxen. Deshalb lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch, ihr wisst es ja schon, eine Bewertung bei iTunes. Wo fangen wir an? Wahrscheinlich beim größten Highlight des Abends, das war der Boxfight zwischen Canelo und Billy Joe Saunders. Ich meine klar, die UFC hat früher angefangen, die UFC hat sich nicht ganz so sehr darum bemüht, einen adäquaten Ersatz für TJ Dillashaw vs. Corey St. Hagen zu finden, nachdem sich Dillashaw verletzt hat. Denn die UFC konkurrierte gestern Abend mehr oder weniger mit Canelo vs. Billy Joe Saunders. Einfach aus dem Grund, dass die UFC dann gestartet ist, oder nein, dass Boxen dann gestartet ist, also der Boxfight von Canelo, als die UFC fertig war. Die UFC musste das vorschieben, denn, jetzt mal ehrlich, in den USA, vor allem bei den mexikanischen Bürgern, ist klar, wenn Canelo läuft und wenn die UFC läuft oder noch besser, wenn Michelle Waterson läuft oder Canelo, dann ziehen sich 9 von 10 Leute wahrscheinlich Canelo rein. Und trotzdem haben die UFC dann ein paar Leute geschaut, aber ganz so unspektakulär war die UFC dann doch nicht. Ich muss sagen, das Main Event war besser, als ich erwartet hatte. Ich hatte sehr viel Schattenboxen von Waterson erwartet, sehr viel Ground Game. Beide haben sehr viel Herz gezeigt und beide haben gezeigt, dass sie das wollen, vor allem in dieser verrückten fünften Runde. Es war ein knapper Kampf, aber am Ende des Tages ein verdienter Sieg für Marina Rodriguez. Alex Moroni hat Donald Cironi in der ersten Runde besiegt und in der ersten Runde via TKO quasi besiegt. Und es ist schade, Cironi ist eine Legende, aber er hat jetzt gegen einen Pettis verloren, er hat gegen Conor McGregor verloren. Und gut, das sind Niederlagen, die sind bei weitem nicht schlimm. Ich meine, gegen McGregor darf man mal verlieren und gegen den Ex-Champion Anthony Pettis auch. Aber dass er jetzt so schnell gegen Alex Moroni verloren hat, Moroni, der selber nicht die größte Hausnummer ist, sag ich mal, ist schade. Schade für Donald Cironi. Ich denke, es würde am meisten Sinn ergeben, wenn er jetzt seine Handschuhe quasi an den Nagel hängt und sagt, hey, that's it, ich hatte eine tolle Karriere, aber nichtsdestotrotz ist es an der Zeit aufzuhören. Ich denke, Donald Cironi ist definitiv am Ende. Mal schauen, ob er weitermacht. Er muss niemandem mehr etwas beweisen, er muss den Leuten nichts mehr zeigen und deshalb ist es vollkommen in Ordnung, wenn Donald Cironi aufhört. Neil Magny hat gegen Joff Niel gewonnen, Marcos Rogério de Lima hat gegen Maurice Green gewonnen, Gregor Gillespie hat gegen Diego Fera gewonnen und Phil Horst gegen Kyle Dorcos. Dieser Kampf rutschte von den Prelimps hoch in die Maincard, falls sich einige gewundert haben. Und ja, Gregor Gillespie auch, sehr schönen Knockout mit brutalem Ground-and-Pound hinterher. Hat mich sehr für ihn gefreut. War einer der Top-Talente, der dann leider ja so einen kleinen Schritt rückwärts erlitten hat, als er von Kevin Lee ausgenockt worden ist, weil das war schon ein sehr brutaler Knockout. Dann hatten wir ebenfalls Bellator und bei Bellator hatten wir einen alten Bekannten. Eigentlich hätten wir Joel Romero vs. Anthony Rumble Johnson sehen sollen und der Kampf ist ausgefallen. Das habt ihr auch bei WeLoveMMA auf Instagram gesehen. Romero hatte ein Problem in seinem Auge, wurde nicht freigegeben für diesen Kampf. Ja, und dann hatten wir Anthony Rumble Johnson, der gegen einen Ersatzgegner gekämpft hat. Und wei oh wei, ich war überrascht. Punkt 1. Anthony Rumble Johnson war schmal, schmaler als sonst. Und jetzt kommt ein Funfact. Wusstet ihr, dass Rumble und Conor McGregor schon mal in derselben Gewichtsklasse gekämpft haben? Beide im Weltergewicht. Und ja, diese Bilder von einem Anthony Johnson im Weltergewicht sind erschreckend. Die sind brutal. Jetzt kämpft er im Halbschwergewicht. Das ist Wahnsinn. Punkt 2 war, oh man, Rumble sieht gar nicht gut aus. Also ich hatte wirklich groß Sorge, dass Anthony Johnson diesen Kampf verliert. Es sah auch danach aus, als ob er einfach nicht mehr der Alte ist. Aber bei einer Sache war er noch der Alte und das war sein Knockout. Denn sein Gegner wurde quasi, ja, gerumbled, sagt man so schön. Sein Gegner wurde gerumbled und ausgenockt. Und damit konnte Anthony Johnson dann doch diesen Fight gewinnen. Alles in allem war es eine spannende Kampfnacht. Canelo war definitiv das Highlight. Es war ein spannender Boxkampf. Es war ein sehr knapper Boxkampf. Und Canelo, der hat ja, wie gesagt, seinem Gegner die Augenhöhle gebrochen. Und der hat dann abgebrochen. Billy Joe Saunders, der selber gesagt hat, ich werde nicht wegen einer gebrochenen Augenhöhle abbrechen, hat diesen Kampf wegen einer gebrochenen Augenhöhle abgebrochen. Aber wie dem auch sei, ich bin auf eure Meinung gespannt. Habt ihr Billy Joe Saunders geschaut gegen Canelo oder die UFC? Was habt ihr geguckt am Wochenende? Oder habt ihr einfach geschlafen? Schreibt es mir unten rein. Wir hören uns beim nächsten Mal hier beim Wheel of MMA Podcast. Und damit, ciao. Bis zum nächsten Mal.